Die Geist ist schon besser als die Erscheiner-Pistole. Ich finde die Geist nicht so geil irgendwie. Als die normale Erscheiner-Pistole auf jeden Fall. Ich weiß nicht, man. Also ich komme damit jedenfalls nicht so klar. Die hat eine größere Treffgenauigkeit und ein größeres Magazin. Ja, die größere Treffgenauigkeit ist bezweiflich. Deswegen streut zur Derbe. Am Ladebalken zumindest. Oder an dem Balken zumindest. Am Ladebalken. Zuweisung, Autozuweisung, bumm. Der Ladebalken ist wichtig. Das lädt verdächtig lange. Der muss immer lang sein, der Ladebalken. Ja. Sonst hast du kein glückliches Leben. Mhm. Das geht auch nicht. Try me, bitch. Ach komm. Bist du ein Arsch, was an das so? Geil. Äh. War ja klar. Toll, die sind mir nur noch vier. Ja. Drei. Drei. Warum zölle gehen alle auf einmal? Das ist immer ganz komisch. Wenigstens habe ich tausend Punkte bekommen. Je. Ich brauche 2400 Punkte, dann bekomme ich meine nächste Stufe. Je. Okay. Wie sehen meine Klassen aus? Oh, mein Schleicher braucht 100 Points. Ich spiele jetzt mit dem Sniper oder mit dem Schleicher. Das ist okay. Ich spiele jetzt mit dem Schleicher schnell. Die 100 Points, die mache ich. Ich spiele jetzt mit dem Pumpgun und hänge im Haus rum. Haha. Ich brauche bloß 100 Punkte. Meine Pumpgun! Steig ein! Ich zeig dir meine Pumpgun. Haha. Ach, der Pumpgun-Flow. Der Pumpgun-Flow. Ich esse meine Pumpgun! Ich bin Money-Rotz. Ich esse Müsli mit Milch zum Frühstück. Ui. Ich bin so healthy. Solange er seine Nägel nicht ohne Milch isst. Ich habe eine Schüssel Nägel zum Frühstück verdrückt. Na toll, und? Und zwar ganz ohne Milch. Peter, tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ja. Ich esse Nägel mit Milch. Warte, wir gehen hier und schlagen ihn, bitte. Sollen wir ihn boxen? Ja, bitte. Da sie ihn, da haut ihn. Genau unter dir. Ja, ja. Haha. Haha. Ah, schießt ab mich! Oh mein Gott! Schießt ab! Wo ist er? Wo ist er? Unter mir. Oh ja. Es ist vorbei, Anakin! Ich habe die hohe Grund! Ich habe mein Level ab. Das war's. Mehr brauche ich nicht. Schluss. Das ist ein geiles Soundsystem. Der Rech sondier eh. Oh, ein bisschen russischen Hardpass ran. Shit. Unz, unz. Schickipricki! Muss ich den Vaterland salutieren. Oder dem Mutter, äh Mother Russia. Jawohl, langer. Schickipricki! Gopnik! Äh. Äh. Kartoffelsalat. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt geht das so ein Roleplay hier los. Ich lieb's den Frauen auf mir tanzen. Und zwar auf mir drauf. Oder in mir. Noch besser was solle. Klausig. Von deinen Händen noch auf meinem Rücken drauf. Stimmt. Komm her du. Jawohl. Oh ja. Romantische Nacht. In äh Afghanistan. Werden wir beschossen werden irgendwo. Was? Wenn der jetzt kommt. So. Oh. Roleplayer. Okay. Dann kann ich beide haben. Mein Gott. Wir sind verschmolzen. Zu einem hässlichen Etwas. Oh ja. Jetzt können wir für immer eins sein. Ja. Oh ja. Oh ja. 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 Fist me daddy. Hallo. Oh ja. Sit on me. Verboten. Warum macht ihr das nicht so gut? Jetzt. Ah. Du wuschst uns. Wie die kleine Kinder. Wie die kleine Kinder. Wie die kleine Kinder. Im Übrigen bin ich bald 27. Ich muss mal gucken was ich gekriegt habe. Es wird mir jetzt nicht angezeigt. Nichts. Wahrscheinlich habe ich durchfalls super bekommen oder so. Oh ja. Mein Favorit. Das Beste vom Beste. Kann ich meine Betäubungssniper auspacken. Oh je. Die benutzen Granatwerfer. Alter. Ein Glockendecker. Mann. Mann. Die sind zu ernst und erregst. Das merke ich jetzt schon. Wenn die Rang A haben. Dann sowieso. Wrestling Move. Oh schade. Markiere mich nicht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Kann ich werfen? Ich will die Sache runterwerfen. Oh schade. Das kannst du bloß machen wenn du ihn auf ihn greifst. Komm. Oh komm. Fall runter. Ich lege. Was zum. Hallo. Alter. Kann man da drauf? Na. Das geht nicht. Kann ich hier auch? Okay alter. Kann man rüberspringen bestimmt. Oh fuck. Was? Was? Was ist das? Ich bin tot. Was? Was? Wie hast du das gemacht? Ey ich hab keine Ahnung. Oh fuck. Ich hab den Karton vor mir. Oh ja. Ich glaub deine Hand ist in meinem Arsch. Ich glaub mir das gefällt. In den Lkw. Uah. Oh boah. Langer das hat 2000 Punkte gebracht und 50 Kleidungspunkte. Was ist denn so 100 Kleidungspunkte? Wer ist denn so 100 Kleidungspunkte? Alter. Wie halt? Was? Wieso bringt das so viele Points? Erfahrungspunkte? Wir haben ein bisschen gekuschelt und es rumgelaufen. Bist du doch eigentlich schon auf russischen Basis oder? Ja. Weil er auf den Kartons absteht. Das ist aber nicht originalgetreu. Was soll denn das? Kann ich eigentlich den Morgang hier vorne dran stellen, während ich da jetzt drinnen gehe? Äh reingehe? Geht das? Wahrscheinlich vorbei. So wie du guckst. Ich stelle jetzt die Worte. Okay. Ich sehe einen Punkt auf meinen Kopf. Meine Granate. Ganz vergessen. Ajo, das wollte ich gerade auch machen. Mein Gott, da ist jemand. Der Blubaloo. Der Blubaloo. Und Pesto. Was ist denn jetzt los? Ich schlafe gerade eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, man. Ich habe damit noch niemanden geschafft zu betäuben. Die Alten sehen immer ewig aus irgendwie. Jaja, manchmal schon, gell. Die Betäubungsgranaten sind irgendwie besser. Musst du da mal hingucken? Beschossen betäubt. Das ist einfach so. Dein Arsch wird ausgeleuchtet. Oh mein Gott, ich bin betäubt davon. Ja. Es scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja. Ja. Mein Gott, der hat meine Arschfalten gesehen. Tot. Was? In den Arsch. In den Arsch hinein. Die Granate im Arsch. Die leuchtet so raus. Tsss. 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 Steh auf du Lump Aua, was soll? Bin ich jetzt betäubt? Du bist tot auf alle Fälle Denk ich am Messerkampf noch Warte, ich hab mein Messer noch nicht Nein, nein, nein Hä, was ist denn, wo bist du hin? Hä? Was ist denn, was passiert, wo bist du? Hä? Alter, was ist das? Ey, ich hab einfach nur in die Luft eben gestorben, weil du nicht da warst Es kann kein Spiel gefunden werden Du verarschst Das ist doch gar nichts Was ist er zu tun? Er ist beginnend zu glauben Was ist die zwei Schmuchteln, um uns zu entführen? WTF? Okay Ja, ich hab mich noch einmal furzen erlebt, nur einmal, man Ja, das war auch, weil ich vergessen hab, dass du da bist Ja Das hätte ich niemals gefurzen lassen Ich hätte mich geehrt gefühlt Du hast nach Gott halt beim furzen gehört, man Schatz Einfach so, man Ich hab mich nicht zurückgehalten So was gab es noch nie Du hast recht Diese achte Weltwunder Bei mir im Geschäft hätte sie immer gedacht, ich hätte irgendeine Krankheit, dass ich da furzen kann Weil sie mich nicht furzen haben hören Der kann nicht furzen Der kann's nicht Der ist krank Sei ein Mensch Sei eine Maschine Ist das ein Mann? Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein Es ist Affendierho Also Irgendwie wird es nichts Nein, das sieht irgendwie nix Langer, hör auf zu frappen Hahahaha Entschuldigung Ist das euer, wenn du einen herunterholst, dann gute Nacht, alter Hahahaha Hahahaha Haukt einer auf der Brücke Haukt einer auf der Brücke Jetzt nimmer Aber irgendwie Ich hab mich auch einfach abgeschossen Stimmt's auch nicht Irgendwie war's wieder so ein geil Bucky gewesen Hahahaha Der Guard in Apollo ist cool Hahahaha Aha 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 Er ist raus Boll, ernsthaft Er ist zweimal von mir gekillt worden und gleich raus, alter Das kannst du uns heute echt vergessen Ey, was ist denn heute wieder für ein Lutscher unterwegs, das ist ja krass Marco Oh mein Gott der Terminator ist bei dem gejoint Markiert Das ist total Der liegt einer Macht nix Ich habe mich markiert, aber ich bin nicht so betäubt von Terminator Hinter mir, hinter mir Niko Macht nix Mach ab Hey terminator ist jeder da Ich hab ihn Äh terminator ist jeder da Es ist ein anderer Terminator Terminator Jus, raus da fürs Terminator MK2 rein Hahahaha Er hat seinen Namen geändert dann als anders Loder Nein, kein Krandl! Krandl, Randl! Und er hat sich selbst betäubt! Sehr gut, Gunny! Wo ist die Schlampe? Ist sie das? Nein, ist es nicht. Wenn sie das nicht ausprobieren können... Ey, geh mal weg, ich bin beschäftigt! Geh mal weg, ich bin beschäftigt! Geh mal weg, ich bin beschäftigt! Das ist auch nicht... Wo ist die? Was sind die wirklichen Schwung? Vorhin die Korschen mit Granatwerfer! Nein, ich muss lieber Messern! Hihihi, sah das aus an die Toten bei C! Was mach ich denn jetzt mit dem? Ich krieg ihn ja nicht raus! Messern! Okay, ich hab mich selber betrönt! Ey, schon wieder! Schon wieder! Extra 2 betäubt! Ich hätte sie jetzt so schön killen können! Ne, da kommen diese Ammon-Fotze! Was hab ich denn? Ich hab Schlafkanäle! Richtige Pfutz! Ah fuck! Die haben mich betäubt um auf C! Leute, wie kann man... Alter, wie kann man um die Ecke hauen? Ah, scheiße, beide betäubt sind beide in meine Falle rein! Meine Miene! Ey, kann mir einer erklären, wie man um die Ecke schlagen kann? Keine Ahnung, man, das ist wie mit Bucky! Der sieht aus wie Kojima, rennt los, schlägt um die Kiste aus und rum! Wahrscheinlich weil er Kojima ist, deswegen kann er das machen! Dann hat er noch Instant-Fulten! Klar! Der scheiß Ammon, echt ohne Witz! Digga... Okay, jetzt werden wir betäubt, jetzt müssen wir raus! Ich bin betäubt! Das sind meine Granaten! Nein, wir sind beide betäubt worden, das sind nicht deine! So! Ich hab meine auch reingeschmissen! Ich komm, Alter, vielleicht geht's wieder an meine Miene! Ich hab mal Glück! Alter, ist ja geil, mal auch wieder Betäubung! Nein, ich will nicht drunter springen! Oh, dreckig! Loll, wie die rumliegt! Wie die rumliegt! Was zum was passiert? Loll! Die ist runtergejumped, ist ja hoch teleportiert worden! Jetzt wird ich rausgenommen, okay, die lecken übel, Alter! Ich konnte nix machen, Alter, diese... Verpackte Drecksgame! Mit 35 bekomm ich meine Server, und dann bin ich zufrieden! Das ist krasse, übertriebene Ding! Ja, dann treff ich vielleicht sogar mal jemand! Vielleicht! Du musst dann keine Headshots mehr machen! Recht, Fußshot! Tod! Tod! Sag meiner Frau, das ist diese Liebe! Ach, soll's! Oh, vor mir kommt ein Walker Gear anscheinend? Äh, ja! Ich glaub, das war im Schwarzwald da! Ich kann's nicht mal garantieren, ey! Okay, dem Kerl passiert nichts, er ist explodiert! WTF, Mann! Und Dark ist auch explodiert! Hä, okay, einer ist wieder hier bei mir! WTF? Hä, der ist bei ihm gestorben, warum ist er wieder da? Okay! Ich hab's aus, ich bin fast am Arsch! Alter! Okay! Okay, ich weiß, wenn wir alle mit Walker Gear spielen! Irgendwo ist noch einer hier! Der ist bei A! Okay! Äh! Lauf weiter, Junge! Lauf! Kick dich rum! Boi! Ah, fuck, schon rausgeballert vom Haus. Deine Schuss hat gereicht. Wow. Pass zum. Yo. Okay, ich sehe ihn, aber ich treffe ihn jetzt. Ich bin fast hier bei Haus gespawnt. Ich bin hinter dem Haus und dann krieg ich Schüsse ab. Ich bin neben dir gespawnt. Pass zum, du warst neben mir. Ja, ich sag, ich bin neben dir gespawnt. Du, weil ich wieder abgeballert, Alter. Von hier. Ich hab ihn. Hast du den Mokagi hier am Arsch gemacht, oder was? Komm her, Wuss, ich kick dich. Nimm mal Hals, ich kick dich trotzdem. Rett dich weg, du Lumpf. Ja. Komm her, Wuss, hat mich direkt abgeballert, aber ich lebe. Noch ein RZ. Fuck, Alter. Ist klar, und du stirbst nicht. Klar, Alter, klar. Das verpackte Drecksker eben. Ah, er hat mich getroffen durch mein Schild. Ja, ich mach, ich schieße ihn halt ab. Wir sind zu viel, oder? Da haben wir beide gekillt. Okay, ich schieße ihn ab. Alter. Wo ist er hin? Ich sehe nichts, man. Alter, was ist das? Ja, wo ist es los? Gib doch mal. Okay. Leben ist kompliziert. Alter, der hat alles überlebt. Der hat euch überlebt, der hat mich überlebt. Der hat überlebt noch einen Kopfschuss, er ist tot. Er ist tot? Ja, Mann. Okay, ich hab's mir angezeigt. Oh, die haben einen neuen. Deblame. 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 Aber ich sehe ihn gar nicht. Das ist drin wahrscheinlich, ja. Alter, der hat mich sofort gekillt. Der stirbt aber auch nicht, ey. Jetzt können wir wieder normal spielen. Ja. Noch 10 Sekunden, sprich noch einen Kill. Spiel zehn Sekunden lang normal. Hä? Hier war mir. Hä, wir haben wieder nachgeschossen. Hier. Er stirbt aber nicht, schab ihn. Schab ihn. 35. Und jetzt hängt es auch. Aber was ist denn mit den Spielern los? Komm rein, geh ihn nach raus. Mal spielen den Servern los. Hängt. Die nächste Mission startet in 0. Ja, hängt der. Was ist mit Carsten draußen? Ich glaube, das war der Finisher. War ein Zeichen. Mhm. Ja, eine Stunde jetzt gespielt, von der haben wir vielleicht, oder eine Stunde Aufführung, davon haben wir vielleicht 15 Minuten gespielt. Ja. 15 Minuten richtig gespielt, wenn man das tatsächlich die Spiele bezeichnen kann, überhaupt. Ja. Also das war wieder ganz schwach. Die Kunden ziehen aber auch immer voll frech zu den Subway-Leuten. Ja. Weil es länger dauert, wie beim McDonald's. Ah ja, dauert es länger. Was zur Hölle, Mann. Echt, ja. Du suchst erst, was du willst, dann kommst du ja noch in den Ofen rein. Ah ja, hallo. Das heißt ja nur sonst, eat fresh. Weiß? Eat essen. Eat essen. Also, ich war da einmal, da waren es nur zwei fette Schrapnellen, also zwei Tussen. Fette Schrapnellen. Das war, die, 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 die haben als, als leise gesprochen, aber noch so laut, dass es jeder hören konnte, weißt? Die Art von Reden. So, ah, und was weiß ich, und ah, bei McDonald's hätten wir jetzt schon gegessen, und was weiß ich. Ihr hättet bei McDonald's lecker gefressen, auch wenn ihr so fett seid, ihr braucht trotzdem ein bisschen für eure Zehen Big Macs, um die zu essen. Ihr ekelhaften Potsäure. Ah ja, die Potsäure, Alter. Richtig. Verstehen Sie einmal wahrscheinlich die Idee gehabt, ich esse heute Salat, auch nur auf einem Sandwich. Und dann, wir gehen so noch rum, Alter. Alter, vier, gönn ich mir.